Moin Moin und herzlich Willkommen zur 36. Folge von NEO. Ich suche immer noch den kleinen Freund. Ich geb's auch gleich schon auf, weil zählen wir hier im selben Gebiet rumlaufen, bringt auch nicht viel. Ich sehe einfach nichts, wo er sein könnte hier. Ich hab jetzt alles ihm einfach abgesucht, keine Ahnung. Wurde Tjana Racker sich versteckt. Ich versteckte sich zu gut, dass ich ihn nicht finde. Das ist auch cool. Und die sich nicht so gut verstecken, dass man sie nicht finden kann. Die Ecken mal prüfen nochmal. Ja. Gut, nochmal was überprüfen. Aber ne. Das ist auch nicht gewesen. Boah, auf zum Endboss, wa? Mehr kann ich jetzt auch nicht machen, weil ich finde die nicht. Und welche müssen wir halt nochmal machen müssen. So, dann nach oben. Der Kelly wartet doch schon. Wundert mich nur, dass es hier so überall oben so eng ist, ne? Das ist glaube ich normal, oder? Bei den japanischen Bauten hier. Da oben immer so eng ist. Ich probier jetzt alles aus, ey. die da oben trotzdem. Welche350 chybaen何 ist jetzt эта lksam ka null faith. Tja, ihr kleiner Freund war nicht gefunden. unaherision zeigte Du denkst, dass du mich hast? D-Buffen! Ne, das ist ein Freundchen. Ich glaube nur einen Hit landen oder was? Schön fliegen lassen, das Freundchen. Slaun, nochmal nachslaun, nachd-Buffen, Pilger eingehelfen, das geht's. Was? Was? Alter... Naja, ist ja auch der End-Boss. Ich dachte schon, der ist nicht mehr geslowed. Slow muss auf jeden Fall drauf bleiben. Ich will hier nochmal was anderes probieren. Easy. Wahrscheinlich nur Phase 1. Ich habe mehr als genug Amrita, dank dieser Spirit. Was soll das denn jetzt? Du kannst doch nicht hinterher springen, der ist Suizid, ey. Was soll das denn? Ich werde mich überraschieren, meine Hora-Boros aus Amrita, um zu retten, das Land zu verabschieden, das Serpent Yamata no Orochi. Was ist das? 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 Boah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt sind die Kacke am Dampf. Die Kacke. Das muss ich ja nochmal abklacken. Ach komm, Alter. Wie für Köpfe sind das denn? Das war ja gemein. Ich hab auch noch den falschen Zauber verwendet. Idiot, fuhlt eure Prüstung dauernd. Scheiße. Alter. Ja, klasse. Komm, schlenk. Schlenk mal. Jetzt kann ich ran. So, bald die Rüstung. Jetzt geht. Aua. Dann bin ich nicht schnell kaputt. Ei, ei, ei. Alter. Oh, cool. Noch ein Hit. Scheiße. Lasst mich doch mal einen Rund mit eurem Scheißpässe. Ei, ei, ei. Jetzt hab ich momentan die andere Scheiße. Weiß da mal rein. Das tat die nämlich nicht gut. Dann halt jetzt erstmal raufkloppen. Oh, Guuuut. Oh, Guuuut. Lüftung. Verkackt, oder? Ja. Nicht getroffen. Das ist schlecht. Noch drei Stück, ne? So, was machst du Schönes? Okay. Komm schon, beiß hier rein. Komm, beiß mal hier rein. Scheiße. Na, beiß jetzt mal hier rein. Sehr schön. Aua. Du warst Blitzi. Ich dachte, den Blitzi hab ich gerade erledigt. Schnell ran. Loll. Was bist du noch? Bah, es ist ja wieder früh gleich. Noch ne Phase. Oh, da ist einfach jetzt das Leben. Oh Gott. Ja komm, baller dein Köpfchen da mal schön hin. Weg mit dir, Freundchen. Ich mach grad gar nichts mehr. Erledigt, der Boss. Ich mach jetzt nicht mehr. Ich mach mich. Dasein. Ich mach mich. Ich mach das, weil jetzt nicht nur noch Du bist. Ja. Da, ich bleib. Ist hier noch irgendwo ein kleiner Freund? Alter, was ist das denn alles? Boah! Grüne Waffen! Göttlicher Sammler. Äh, Sammler. Äh. 150! Boah, Angriffseffekt! Alter! Alter! 150! Glaube ich Max, oder? Max Levitt. Da fange ich ja gleich an zu sabbern, Alter. Was war der Reft? Ui! Das war falsch. Da kommt auf jeden Fall ein Bogen. Und hier kommen Knarre. Alter! Aber nur drei Waffen, ne? Dann muss ich das gleich als nächstes, oder? Die Axt. Was ist das? Ein Speer. Doppelklinge. Aber kein Dings. Das ich gerade verwende. Schade. Ist hier vielleicht der kleine Freund irgendwo? Ich gebe ja noch nicht auf. Oh, ich dachte schon, dass er hier ist. Schade. Ich gebe nicht auf, ey. Vielleicht ist der kleine Freund hier irgendwo. Ich habe unnötig die ganze Zeit gesucht. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Aber anscheinend habe ich jetzt grüne Equipment. Man muss wohl durch, um grünes Equipment zu kriegen. Level 150. Das ist wohl Maximum, oder? Keine Ahnung. Welches Level bin ich? Noch lange nicht 150. 109. Und fast... Odachi ist ja fast durch. Fortfahren. Ja. Ja. Ich bin der Hohle Mann. Ich bin der Hohle Mann. Wie viele Mal. Ich sterbe. Wie viele Mal. Ich röste wieder. Ich bin der Hohle Mann. Ich bin der Hohle Mann. Ich kriege jetzt eigentlich mein Geist wieder. Alle dieser Lande, Amrita, werden hier geholfen. Ich kriege mein Geist wieder. Endlich. Ich kriege mein Geist wieder. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute... Und wie wird's für heute? Das war's für heute. Und wie wird's für heute? Jetzt bringst du dir zurück. sprechen. Halt im Ursprungsgeist, wa? So, was wird da jetzt noch? Am Ende hast du Kelly besiegt und zurückgeholt. Gib dir doch noch etwas, das ich tun muss. Und das wäre... Alter, es gibt neue Missionen. Göttlich. Ich schwöre, Rüstung göttlich. Warte mal. Habe ich nicht noch etwas Neues freigeschaut? Nix, nirgends, ne? Welches Level waren jetzt die Missionen, die ich gerade gemacht hatte? 130. Ne, hier. 35. Und hier geht es um DLC. Und hier geht es um DLC. Viele rastlose Seelen voller Klagen und Gramm durchstreifen diese Welt. Ihre Bosheit muss bezwungen werden. Doch wir sind ihrer Stärke nicht gewachsen. Sagen, bitte erlöst diese Seelen von ihrem Leid und schicke sie zurück in die Unterwelt, wo sie hingehören. Alter, zwar 100.000. Gibt viel Kohle. Naja, der Berg E-Book ich mal wieder. Lauf ich wieder durch, ne? Geht ja schnell. Was sagt denn die Zeit? 35. Naja. Muss ja Odachi noch fertig kriegen. Arena-Kampf oder wie? Arena-Kampf. LOL. Hatte ich die nicht gerade erst geslowt? Jetzt hat er mir den Klang gehalten. Alter, hab ich denn alles runter? Zwei Spell zweimal drauf waren, da muss ich schon nachcasten. Zwei Bosse finde ich bisschen heftig. Alles klar. Und tot. Hahaha. Scheiße. Eieiei. Eieiei. Das ist ne törichte Strategie, Alter. Soll ich es freiwillig mache? Ich hab zwei auf einmal zu bekämpfen. Ich bin auch bisschen heftig. Eieiei. Ich muss erstmal hier hochkrapseln, ey. Scheiße bist du schnell. Ja. Ich hab mich fast gekriegt schon. Hast du es jetzt, Freundchen? Ja. Ich hab mich fast gekriegt schon. Hast du es jetzt, Freundchen? Das ist schlecht. Ich hab noch so viel Leben. Zwei Bosse auf einmal. Die beide so viel Schaden machen. Müssen wir hier kurz runter. Aua. Ihr seid heftig. Ja, killt mich bitte. Ja, danke. Ist jetzt wo Endgame, wa? Lol. Ist das dein fucking Ernst? Fick dich. Da kommt die Hedgehog. Da ist er. Ja, wie soll ich dich jetzt noch platzieren? Sonst bin ich hin und her und her rascht, Alter. Und der da hinten immer von hinten ballert, ey. Ja, schön, ey. Ich bin gleich wieder tot. Keine Ausdauer hier. Das ist schwierig. Das ist ne fiese Kombination, diese beiden Bosse. Ich bin tot. Scheiße. Ja. Ich bin tot. Was hast du denn jetzt bald gehabt? Das war's für heute. Du Fotzkopf, ey. Jetzt ist der andere schon hier, Alter. Uncool. Richtig uncool. Richtig uncool. Ich werde ihn runter. Ach Gott, ich muss auch schnell hinterher. Aua. Und er hat seine Ausraster-Attacken. Ishida Missionario. Ach, dann sind sowieso die beiden Spacken. Die eigentlich schon immer, ne? Den habe ich auf dem Schlachtfeld. Den finde ich da immer anders. Ich glaube, ich sollte doch eine der anderen Waffen ausrüsten. Weil die einfach Damage hat. Weil die einfach Damage hat. Und zwar aus dem Element. Ich weiß nicht. Schon nicht. Ich habe die Farbe ausparken. Alter, ich habe da oben jeden gerade eigentlich gehangen. Scheiße. Scheiße, ich muss erst mal meine Seelen da oben holen. Ich schneide drauf, Carsten. Hätte ich die nicht getroffen damit? Schnell weg. Ah, komm. Schnee, schnee. Ach, oh, egal. So schnell, schade war. Ich schneu mal flowen und dann wieder schade. Schnell. Der ist doch fast tot, Mann. Lauf. Hör auf damit. Ich hatte ihn so gut wie ein Arsenal und ist der zweite ja nicht mehr so schwer. Komm, tue mich. Ich habe hier einen kompletten Scheiß gerade gemacht. Falsches Wege direkt herkommen. Danke. Falsches Wege. Hey. Das war's für heute. 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 Das muss ich so schnell machen. Das ist heftig. Ein bisschen zu heftig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin doch schon tot, ey. Das war's für heute. 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 Thereゆama. Way to getolare. � Das war's. Ich hab ganz weit geblockt, du blöder Wichser. Das war's. 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 Na komm, tötet. Das war's. 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 Das war's.